Ich glaube, neue Sachen werden sie wohl nicht haben, oder? Ja, aber die haben ja T-Shirts und so. Ja gut, aber das sind halt die ganzen Sachen, die wir eben auch schon gesehen haben. Ja? Ja? Ich weiß nicht. Also mir kommt da jetzt gerade irgendwie nichts neu vor. Ach ja, guck mal, so kann man auch rumrennen. Nö, das glaube ich nichts Neues. Nö. Naja. Ich würde gerne eine andere Kappe haben. Dann kauf dir eine. Wo sind denn die Kopfbedeckungen? Es ist Oberteil. Schuhe, Oberteile, Hüte, da. Gott, sieht doch alles scheiße aus. Ja, das bist du doch garantiert schon jetzt schon gewohnt. Jetzt brauche ich noch eine passende Brille, dann bin ich fertig. So, ich sperre dich ein, du Schwein. Nein. Guck mal hier, direkt vor der Tür geparkt. Dann kannst du gleich wunderbar einsteigen. Oh, da kannst du auch nicht. So, komm. Oh, tut mir leid. Alter, die Brille. Ich würde sagen, wir machen nochmal kurz einen Abstecher hier, ne? Mal sehen, was denn hier noch so Neues gibt. Oh, ja, tanzen. Nichts Neues? Ne. Okay. Dem, 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 dem. Komm, setz dich, süßer. Komm, mit, ich verwöhle dich. Manu, du musst mitkommen. Hier steht, ich kann nicht ohne Tänzerinnen separat. Okay, ich komm Komm Oh, geht nicht Okay, dann lass uns jetzt mal zum Waffenladen Ich bin grad beschäftigt Nein Nein, nein, hör auf Nicht wieder hier die Tänzerinnen anlecken Nein, hör auf Jetzt kannst du nicht mehr weg Los, komm Hä, bei mir steht sie hinter dir Ich hab hier ne Blonde und ne Ja, komm mit jetzt Komm Zu wenig Geld Muss ich wieder die Lederpeitsche rausholt Komm jetzt her Oh ja Und dann gucken wir mal Was es noch so an neuen Waffen gibt Ich glaube nicht allzu viel Äh, Waffenladen Du da bist ein Waffenladen Steig ein jetzt Nein Du holst mich nicht aus meinem Auto raus Komm Alter, nein Nein, ich möchte dir keine Rose kaufen Du tränkiger Ginger Stirb Ich möchte keine Rose Nein Hab ich neulich ein Rudekartoon zugesehen Steht auch, der Typ fragt Wolle Rose kaufe Der antwortet dann Sehe ich aus, als würde ich für Sex bezahlen Na los Nein Kacke Darf ich jetzt einsteigen? Ich bin gleich tot Ja, darfst du Komm her Ich trau denen nicht Achso, okay, ne Alles gut Au Wieso bin ich rausgefahren? Ey Ey Was will der hier? Verpiss dich Junge Ey Ey Nicht mich hauen Ey In die Eier Bam Ich hab meine Eier nicht im Gesicht Ja Zumindest im Spiel nicht Jetzt weißt du, wer hier die Hose anhat Die pinke Hose Da bekommt das Wort Sacknase Eine ganz andere Bedeutung Ach guck mal, Alter Es gibt halt voll viele neue Waffen Also ich glaube Ja Da kenn ich das auch noch Die hab ich auch Okay Bullpup, okay Cool Ich hab aber leider kein Geld mehr Und die hätte ich gerne Die möchte ich haben Schwere Schrotflinte Hervorragend geeignet zum Veranstalten einer Sauerei Am besten nur neben abversparen Oberflächen benutzen Sehr schön Was gibt's hier noch so Neues? Was ist denn ein Bullpup-Gewehr? Vielleicht macht das Pup Beim Schießen Pup Schwere Schrot Ja Kann ich mit mir reden Eine schwere Schrotflinte Antike Kavalerie Oh, Granaten Oh ja Ah, er geht mir Ich hätte gerne die beiden Waffen Die sehen echt cool aus So Ein paar Granaten noch gekauft So Komm Ich überleg erst mal Was hat er denn da hingeworfen? Was ist denn das? Schöke ist da auf dem Boden Okay Ach ja Bist du das da? Ja Wollen wir mal eine Mission machen? Vielleicht gibt es da noch ein paar Nein 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 Hörst du wohl auf damit? So Ich ruf mal eben Martin an Nein Warte mal Hier Ich hab Äh Ne 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 Der Morin Wo ist er denn? Da Der Morin Der Morin ist ein Judah Motorrad Job anfordern Du willst mich doch nur wieder töten Ähm Okay Ich hab einen Ah nee Verteidiger War das nicht diese Diese leichte Ich weiß es nicht Wir können sie ja mal machen Ich brauch ein bisschen Geld Du musst mich dann noch einladen Ne Das ist mir schon klar Ich mach's nur auf schwer Ja So Alles aktuelle Sitzung Das bist ja eh nur du Ähm Ja Aber ich würde noch mal die Flugschule interessieren Ja Wie es ja gibt Die können wir dann auch noch mal machen Also von den Fahrzeugen her und sowas Finde ich das eigentlich ganz gut alles Hm Guck mal Ah die ist pink Ähm Machst du hier irgendwo ein Auto Ach ja da hinten hab ich eins Hm Läscher fahren werden Toll Steig in den Hubschrauber Oder ein Einhubschrauber Okay Ja Go go Power Ranger Ähm Kannst du mir den mal kurz bitte markieren Ja Das wäre super freundlich von dir Uno momento Da Wunderbar Wunderbar Dankeschön Ja Vielleicht wird es bald wieder ein regelmäßiges GTA 5 Online Let's Play geben Aber garantiert nicht auf der PS3 Weil Ich hab Und ich denke mal Julian auch Ähm Wir haben nicht so viel Bock jedes mal 20 Minuten zu warten bis wir endlich in einer Sitzung sind Ja wenn das denn überhaupt bei den Next Gen Versionen nicht der Fall ist Ziemlich also so beim PC Ja Wobei das läuft ja dann über was anderes ne Ja worüber Also das läuft ja nicht über PSN dann Ja ok klar Deswegen Kann man da so ein Bisschen Hoffnung mal haben Stimmt Über was läuft denn das dann Also Steam wird es denke ich mal nicht sein Ja wahrscheinlich über dieses Rockstar Dingens Club oder so Rockstar hat doch sicherlich irgendwas eigenes Ja ok aber ich meine Dann muss man sich das ja erstmal irgendwie runterladen halt ne Nicht unbedingt Also irgendwie ein Programm oder vielleicht Keine Ahnung weil ich hab bei Bei meinen Keydien hab ich schon gesehen Dass es da auf jeden Fall Vorbestellungen gibt Mhm Oder dass man es vorbestellen kann So jeder ein Sehr schön Warum fällst du da immer raus? Ich glaub das liegt einfach an meiner Figur Ich glaube du hast da irgendwie so ein Fetisch für ne Mhm So ein Rausfallfetisch So auf zum Flughafen Ja genau so gehen noch Raketen Alles klar Ach du Schande Ja ich mag irgendwie so Helikopter oder Flugzeug fliegen Find ich immer ganz toll Nein Pam 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 Ist du hinter mir? Ja Sehr schön Selbstverständlich Ach weißt du noch wo wir aus dem Heli diese Challenge gemacht haben wo wir in die Pools springen mussten? Ja genau daran muss ich auch an ihm denken Ich dachte eigentlich jetzt gerade die Mission wäre das wo man einfach nur so einen Typen kurz töten muss und dann die Akten zum Matratzen bringen muss aber Vermarktet der eigentlich Matratzen? Vielleicht ja Weißt du noch unser Heli-Battle? Ja Zwischen den Hochhäusern zu geil Oh ja Und dann war sogar noch Markus mit dabei Ja das war sowieso das geilste Wie er einfach an jeder Ampel hängen geblieben ist Oh ja Fliegt irgendwas? Ja das bin ich Aus wie du? Ich schieße mal drauf Nein Aus dem Alter sind wir ja jetzt raus Ist ja jetzt schon ein halbes Jahr her oder ein Dreivierteljahr Oh 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 Ja da in dieser Zeit reift man ja Ja Wie so reifes Obst Ja Ach die ist das Wir müssen den Typen da jetzt eskortieren Okay Ach und dann greifen uns Leute an Hast du ihn eingesammelt? Ne ne da fliegt der Heli Achso Das ist aber der Ich übernehme die linke Seite von ihm Du die rechte okay Okay Wir machen so ein schönes Sandwich Ja Ja Wo seid ihr denn? Bist du einer davon? Nein du bist es nicht Da hinten da bist du Nein nein Uiuiui Das war aber ganz schön knapp Gucken wir mal auf der großen Karte Aber es sind noch einer hier am Strand Den hole ich mir direkt Ja den rechten habe ich jetzt schon weggeballert Ich hole mir jetzt noch mal kurz Okay zwei sind noch vorne die hole ich mir mal Ah wo seid ihr denn? Einen habe ich Einen habe ich auch schon Ich muss mal wieder aufholen Ich muss mal wieder aufholen Ah da ist Ah da kommt einer auf euch zu Den habe ich wahrscheinlich schon Ja der ist da Okay da ist noch einer Na komm Ah da oben da oben da oben da oben Woa 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 Das war aber ganz knapp Also Untertitelung des ZDF, 2020